Es hat begonnen. Hör zu, wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sie jetzt vernichten. Schnell, solange sie noch schwach ist. Wenn sie erstmal ihre volle Kraft hat, kann sie niemand mehr aufhalten. Nein, es muss noch einen anderen Weg geben. Nein, Phil, es ist zu spät. Die Arena, die du kanntest, existiert nicht mehr. Nein, Rena, bitte, nicht. Ein folgeschwerer Scheideweg bahnt sich an. Dantilla greift an. Rena, bitte, erkennst du mich nicht mehr? Nichts. Gut, ähm, willkommen zu meinem guten... Oh mein Gott! Das kann ja sogar heftig werden. Blocken, äh, alle heilen Limit und, äh, blocken. Rena, versuch dich zu erinnern. Ich bin es, Phil. Setz Regeneration ein, das wird heftig. Wasserzauber. Naja, das nicht. Sie hat... Nein! Blocken. Äh, blocken, blocken. Legol-Orala Phil verteidigt. Blocken, blocken, blocken. Weißt du noch, damals? In Renonsdorf? Hey, das kam letztes Mal nicht. Ich wollte Talf bei der Arbeit helfen. Und habe dabei das ganze Gemüsebeet zertreten. Oh mein Gott. Du Trampel! Legol verteidigt, Phil verteidigt, Antilla verteidigt. Nichts. Oh mein Gott! Ähm, blocken. Alle heilen Limit und blocken. Rena, oder damals? In den Wäldern. Wir haben zusammen die magische Blätter geholt. Und ich habe dich beschützt. Oh, ja, das stimmt. Das wisst ihr sicher auch noch. Damals. Als wir die Blätter für... Für den Bürgermeister holen sollten. Legol-Orala Phil verteidigt. Antilla attackiert. Blocken, blocken, blocken. Erinnerst du dich noch? Du nanntest mich immer den kleinen Phil. Der, der dich gleich mit dem Kopf durch die Wand ging. Äh, ach, der dich gleich. Hm, der immer gleich. Ihr hattet immer gelacht. Hm? Oh! Es, es passiert was. Phil, Legol-Orala verteidigt. Antilla setzt Erde 3 ein. Ähm, äh, blocken, blocken, blocken. Legol-Orala Phil verteidigt. Antilla zaubert Nocturne. Oh mein Gott, die Welle ist etwas. Blocken, Weißmagie, alle Hallen, Limit, blocken. Rena, es ist mir egal, wer oder was du bist. Es ist mir egal, ob du eine Dämonin bist oder nicht. Rena, komm zu uns zurück. Rena, ich, ich brauche dich. Phil? Oh mein Gott. Ohne Scheiß, das Ende hatte ich noch nie. Weil ich nie darauf gekommen bin, einfach nur zu blocken. Ach du, meine Fresse. Phil? Phil, bist du das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Phil, was, was ist passiert? Wo bin ich? Wir sind im Palast der Dämonen auf Valva. Wo sind die nun jetzt? Sie sind alle tot. Moment. Punkt, Punkt. Hm. Alle? Nein, nicht alle. Ich, äh, ich, ich, ich. Ist gut. Ich sagte doch, es ist mir egal. Phil. Wieso blinkt der? Die drei Wappen existieren nicht mehr. Die Göttin des Todes auch nicht. Es ist vorbei. Das gute Ende. Kommt. Lasst uns diesen Ort verlassen. Wieso blinkt der? Seht ihr das? Er blinkt. Oh mein Gott. Musik. Oh nein. Es geht weiter? Was zum... Was passiert hier? Ich fürchte das Schlimmste. Wie meint ihr das? Sie ist es. Ich spüre es. Hä? Sie. Die Macht. Die Macht der Wappen. Wie bitte? Ich fürchte, sie hat recht. Nachdem Rina wieder sie selbst wurde, ist die Macht der Wappen nicht erloschen. Sie wurde lediglich von ihr abgestoßen. Und nun hat sie sich, wie es scheint, in einen neuen Körper ausgesucht. Wie bitte was? Aber das geht doch nicht. Leocris ist tot. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Meine Fresse. Das ist alles völlig neu für mich. Das ist geil. Es wächst. Moment. Wird es stärker? Ach du meine Güte. Epische Musik. Ist episch. Lasst uns von hier verschwinden. Lauf doch hinterher. Rina, komm. Das gibt's nicht, oder? Was ist denn hier los? Seht ihr dieses rote Licht? Nein. Es kommt von Valver. Das bedeutet, es hat etwas mit dem Dämonen zu tun. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, es steht etwas Schlimmes bevor. Wer sagt das? Oh mein Gott. Ist das spannend. Geil. Ach, die singen einfach weiter. Alles wackelt. Nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Es scheint, als nehme gleich alles sein Ende. Doch seid beruhigt. Udin hat es sicher so gewollt. Ah, na dann. Ah, ich will nicht. Nein. Ich bin auch viel zu jung zum Sterben. 85. Oh. Backe. Oh nein. Nicht schon wieder. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Legol scheint es nicht geschafft zu haben. Ist dies das Ende der Welt? Ist dies das Ende der Menschen? Wieso musste es nur so weit kommen? Das Ende der Rekas. Nein. Was ist hier nur los? Was? Hä, was ist das? M-M-M-M-Monster-Party. Ähm. Wie? Ist das das... Ist das das schlechte Ende? Weil ich Irena gerettet habe? Wo bin ich denn? Bäh. Ich hatte gedacht, dieses fette Ding erdrückt uns. Es ist widerlich hier. Wo sind wir eigentlich? Als sich dieses Monstrum gebildet hat, konnten wir scheinbar irgendwie durch es durchs lutschen. Durch den Po. Das bedeutet, wir sind mittendrin in den Teil? So widerlich es klingen mag. Aber etwas Besseres hätte uns wohl nicht passieren können. Nun können wir nur den Kern dieses Ding von innen zerstören. Trotzdem müssen wir uns beeilen. Denn wenn wir lange zögern, beginnt dieses Monster alles zu zerstören. Jetzt verstehe ich langsam. Die Macht ist auf einen toten Körper übergesprungen und hat ein neues Leben gegeben. Ja und? Du verstehst es... Ja, verstehst du es nicht? Ein toter Körper beherbergt keine Seele mehr. Die Macht wird durch nichts mehr unterdrückt. Und das Monster wird immer weiter wachsen. Der Kern dieses Monsters darf nie aufwachsen sein. Ausgewachsen sein, sonst haben wir keine Chance. Komm, lasst uns schnell weiter bis zum Kern. Oh mein Gott, das Spiel geht weiter? Geil! Ja, regenerieren. Boah! Also, ab hier ist es blind. Wirklich. Ich bin... Ich hab's noch nie herausgefunden, dass man... Dass es irgendwie weiter geht. Das ist geil. Was bist du? Ich will dich jetzt bekämpfen. Hm. Teufelsdämonen. Hallo. Wir haben Räder in der Party. Du zauberst und du zauberst auch und du machst Ultima und du machst Mystic. Was ist das? Phantasma. Ein Zauber, der nur Dämonen beherrscht. Äh, ist ja cool. Den will ich jetzt sehen. Greif ruhig an. Ja, du greifst mit deinem Wattestäbchen an. Teufelsdämonen. Jetzt haben wir mal da Phantasma, wie geht das? Oh ja. Das macht einiges an Schaden. Phil, 37, Arena, 7... äh, 39. Alles klar. Was ist das? Ability Pro 5G. 40! Wir sollten mal langsam skillen, aber erst will ich zum nächsten Speicherpunkt. Nein, dich will ich überspringen, weil ich cool bin. Gut. Ähm. Dich kann ich wohl überspringen. Dich will ich überspringen. Was ist das denn für ein Schleim? Alter. Hm. Ich freu mich hier. Ich bin hier neu. Hm. Äh, noch mehr Schleim. Ich hab leider keine Ahnung, wo es hier lang geht. Was bist du eigentlich? Ah. Anscheinend war es auch der falsche Weg da. Äh, Dämonenwolf. Ja, du siehst doch aus wie ein Wolf. Nimm mir Shiva. Und du greifst an. Du Materiest. Und du machst Dunkelwolke. Ein Zauber, dem nur den Mond beherrschen. Hm. Interessant, interessant. Shiva. Töte ihn. Die Schlacht ist gewonnen. 6000, 5000, Orale 41, Leg, Regol 39, Rena 38. Ja, wer denn noch mächtiger? Blub. Alles blub vor sich hin. Ability Punkte. Hm. Ich könnte sie ein bisschen mächtigen. Eine Tür. Tür. Oh, ich dachte, ich kann nicht durch, weil ich mich nicht bewegen kann. Eine Truhe. Behemoth. Hä, den hab ich doch schon. Das Spiel will mich verarschen. Ups. Raus hier. Blub, 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 blub. Noch eine Truhe. Und ein Lag. 40. Hallo? Ich, äh, muss mich auf den Endkampf vorbereiten? Kann das sein? Geht's hier nicht weiter? Hm. Wo ist denn der Kern? Anscheinend ist er hier nicht. Ich dachte, das ist ein... Es geht weiter. Ich dachte, das wäre ein lineärer Weg. Falsch gedacht. Vielleicht geht's hier oben weiter? Kann das sein? Hier? Nein. Wo geht's denn weiter? Hm. Geh mir nochmal zurück. Aha. Hier geht's also auch weiter. Nach oben? Nee, da war... Nein. Ja. Ja, Schnitt. 6000. Phil, Level 40. Legolevel 40. Riga, Level 30. Ja, sie hat irgendwie auch gelevelt. Kann das sein? Und wo muss ich lang? Oh, 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 oh. Nicht kämpfen. Nein, ich hab keine Lust. Was ich hier vielleicht... Nee. Was war... Hä? Gott, Zerstörung. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, ich möchte mich regenerieren. Und speich... Nichts unternehmen, da ich noch ins Menü will. Äh, Charaktere. Fill. Abilities. Äh, 40 Punkte. Einen Punkt verteilen. Wie, nur ein Punkt? MP. Wollen sie... Ja. Sie haben... Ja, komm. Und... Ja, sie haben nun 3 HP. Äh, ey. Das dauert ein bisschen, oder? Angriff. Hm. Eigentlich brauch ich... Ich brauch Verteidigung. Verteidigung. Äh, das kann ein bisschen dauern. Bis später. Das dauert mir alles zu lange. Gustav. Ja, du hast nix mehr. Was hast du für Abilities? Ach. Oh man, ich mag das nicht. Nein. GF ist Bahamut eh der Beste. Dass der Gott der Zerstörung auch macht los. Wozu Hölle geht's hier lang? Hm. Äh. Da muss ich wieder kurz schneiden. Kleinen Moment. Okay. Hab noch nichts gemacht. Also. Gehen wir wieder weiter nach... Glitch. Gehen wir wieder... Nein. Ich will nicht kämpfen. Ich hab nicht gespeichert, oder? Ach, scheiß drauf. Ähm. Alles klar. Treff mich. Mut und alles ist gut. Äh. 42. Ja, komm ich mit klar. Wartet. War ich hier schon mal? Ja. Es ist nämlich nichts hier. Was? Oh nein. Ähm. Warum ist hier nichts? Ihr seht nur Gegner. Den Kern vernichten. Den Kern vernichten. Bla, bla, bla. Schon wieder so ein Wolf. Ich hasse Dämonenwölfe. Jetzt mal so eben. Spontan. Wo muss ich hier lang? Muss ich hier lang? Nein. Ja. Das ist ein Scheiße. Ach. Komm, ich geh mal hier oben lang. Vielleicht ist doch was hier. Sieht nicht so danach aus. Nee. Äh. Ich dachte, ich mach nur ein extra Video für das gute Ende. Aber jetzt muss ich das ins Let's Play einbauen. Wird gemacht. Hier war die Tür, die zu nichts geführt hat. Hier war ein Schatz. Hier ist nichts. Vielleicht muss ich doch wieder durch die Tür. Da war Behemoth drin, wenn ich mich nicht entsinne. Hier geht's noch weiter. Aber auch nicht wirklich hilfreich. Dieser Weg. Vielleicht geht's hier noch nach oben. Nee, da war ja der Ausgang. Vielleicht doch hier durch diese Tür. Vielleicht ging's unten doch weiter. Kann das sein? Ja. Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Aber wer kann das ahnen? Regenerieren. Speichern. Äh, spiel schon eins. Wir haben Rehne an der Party. Ach, ist das herrlich. Gut, gehen wir zum Endboss. Es beginnt. Was ist das? Oh mein Gott. Ein Kern. Da ist der Kern. Wie peinlich. Das sieht ja widerlich aus. Rena, stell dir vor, dass wir irgendwann auch aus dir geworden. Ich weiß nicht, wie ich euch danken kann. Kommt. Lasst es uns hinter uns bringen. Gibt's kein... Es gibt keine Musik. Gut, dann muss ich welche machen. Bla, 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 bla. Ach, ein musikloser Kampf ist ja ziemlich episch und so. Aber es ist nicht geeignet für ein Let's Play. Danke. Square. RPG. Ähm... Nimm mir... Ultima. Dunkel... Phantasma. Jetzt haben wir die schnelle Party, dann wollen wir dich auch benutzen. Film, spürt mal Hamut. Aus meiner Nase läuft. Was? Ähm... Ultima. Wie viel Schaden machst du? Joa. Und er blinkt ganz doll. Wer droht? 138. Und Rena zaubert Phantasma. Gute Zerstörung. Ach, da wird wieder geschockt. Na, ist ja lustig. Behemoth, mach mal. Kein Bock auf so eine lame Taktik, also... Phantasma. Gut, gute Zerstörung hat... Was bist du denn? Ein Glitch. Ja, geh daneben. Ja, wär doch noch ab. Gut. Du triffst wenigstens, oder? Ja, Rena verfehlt. Gut, hat irgendjemand Verletzung? Nein, gar keiner. Ähm... Ich hab einen Explosions-Multi-Status-Angriff. Achso, kein Wunder. Diabolos, mach mal. Ultima Mystic Phantasma. Mach ihn bumm. Gut. Du hast ihn vollgebombst. Und du... Und du machst Dunkelheit auf ihn. Hat sogar Schaden gemacht. Und du machst deine Irgendwas-Attacke, dein Phantasma. Und machst auch nochmal extra Schaden. Und du knüppelst einfach drauf. Kritisch. Orale verfehlt. Wir sind zu gut. Juhu. Guardian Force. Diabolos. Ähm... Item... Elixir. Äh... Ultima. Mystic Phantasma. Dunkelwolke. Gut. Rina hat 300 MP geheilt. Gut. Diabolos. Ersetzt meinen Bahamut. Bahamut brauche ich nicht. Der ist zu mächtig. Bla bla bla. Darkness. Ja. Ein HP. Autokampf. Einfach so. Kritisch. Rina zaubert Steinhagel. Und ich beschwöre Schiefer. Phil beschwört Schiefer. Ich doch nicht. Mann. Autokampf. Er hat jetzt nicht so gebracht. Dann werde ich doch einfach wieder Diabolos wieder mitnehmen. Und du attackierst. Du machst Ultima. Und du mysticst ein bisschen Phantasma rum. Gute Gott. Zerstörung ist lame. Auf Level 40. Man muss schon mächtig unterlevelt sein, um das Spiel herausfordern zu können. Hier basht man einfach durch. Naja, das ist doch der einzige Kritikpunkt, der negativ ist. Ansonsten von der Storyline und Gegner, die sind eigentlich ganz cool. Bloß, es ist zu einfach. Das Spiel ist wirklich zu einfach. Oh, das geht doch mal. So.